UNTERTITELUNG Habt keine Angst, ihr seid jetzt in Sicherheit. Willkommen. Dass ihr jetzt hier seid, darauf warten viele schon ihr ganzes Leben. Hallo, Thor. Woher wissen die, wer wir sind? Unsere Überwachungstechnologie ist hochentwickelt. Sie kennen euch, seit sie auf der Welt sind. Gar nicht creepy oder so? Tobias Eaton, du wurdest mir zugeteilt. Ganz schön viel Feuerkraft. Du wirst ne Weile brauchen, bis du den Dreh raus hast. Ich glaub, ich hab den Dreh raus. 200 Jahre haben die besten Wissenschaftler damit zugebracht, hier eine Theorie zu testen. Menschen aus einem toxischen Umfeld zu retten und sie an einen sicheren Ort wie Chicago zu bringen. Und sie dadurch vielleicht zu heilen. Und ich bin einer dieser Menschen. Du bist die Einzige. Lohnt es sich, eine Bevölkerung am Leben zu erhalten, die entschlossen ist, sich selbst zu vernichten? Was geht hier vor? Sie beenden den Versuch. Chicago wird ausgelöscht. Jeder, den wir kennen, wird sterben. Du hattest die ganze Zeit recht. Wir müssen verschwinden. Sofort. Wo gehen wir hin? Nach Hause. Es heißt nicht wir gegen uns, sondern wir gegen die auf der anderen Seite. Sie versuchen uns zu vernichten. Wohin sollt ihr hin? Wir retten die Stadt. Schieß sie ab. Sie hoch!